Die traditionsreiche Villa d'Este in Cernobbio am Comersee. Hier fand schon 1929 erstmals ein automobiler Schönheitswettbewerb der Superlative statt. Der Concorso delle Ganza Villa d'Este. Von Kleinwagenjuwelen bis hin zu reinrassigen Rennwagen. 60 seltene Klassiker stellen sich der hochkarätigen Jury. Teuerstes Fahrzeug des Wettbewerbs, ein Ferrari 250 GTO im Wert von mindestens 14 Millionen Euro. Der Schaulauf der Automobilikonen bietet eine ideale Bühne für aktuelle Designstudien und Prototypen wie das BMW Sagato Coupé. Der Concorso delle Ganza Villa d'Este ist weltweit der wohl beste Wettbewerb für Automobildesign. Dieses Unikat auf der Basis des Z4 ist das erste Gemeinschaftsprojekt zwischen BMW und dem Karosserie-Spezialisten von Sagato. Der fahrbereite Prototyp steht in der Tradition handgefertigter Einzelstücke wie diesem Alfa Romeo 6C mit einzigartiger Figoni-Karosserie, dem Gesamtsieger des Concorso delle Ganza 2012. Zweirädrige Raritäten findet man in der Villa Erba, dem Schauplatz des zweiten Tages des Concorso delle Ganza. Jedermann ist willkommen. Hier genießt das Publikum eine feine Mischung aus Exoten und Ikonen. Ein Panorama, ein Spektrum der faszinierenden und endlosen Geschichte des Automobils. Heimliche Stars. Der sensationelle Rounddoor Rolls-Royce und der BMW Turbo. Vor exakt 40 Jahren das erste Concept-Car aus dem Hause BMW. Ganz gleich aus welcher Epoche. Beim Concorso delle Ganza Villa d'Este heißt es, Automobilgeschichte mit allen Sinnen zu genießen. Round the ball Rolls-Royce.